Herzlich Willkommen im Bauzentrum Hanag in Salzburg. Auf 20.000 Quadratmeter bieten wir Ihnen alles für den Bau an, vom Keller bis zum Dach. In unserem großflächigen Lager haben wir ein vielfältiges Produktsortiment ständig verfügbar. Unser überdachter Drive-In-Bereich macht das Be- und Endladen einfach und komfortabel. Für Ihren Garten finden Sie in unserer gut sortierten Gartenausstellung alles, was Ihr Herz begehrt. In unserem Bauzentrum laden wir Sie gerne ein, in Ruhe Ihre Türen, Fenster und Böden auszuwählen. Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gerne. Auch bei Werkzeugen und Baustoffen aller Art werden Sie bei uns sicher fündig. Bauzentrum Hanna GmbH – die ganze Welt des Bauns.